komm zurück bei tales from the borderlands die suchen uns tot in hollow point so suchen wir zu felixes bude zu kommen we shouldn't hang around here too long und sie sprechen jetzt hier auch von wars oh great a flashlight maybe if we go camping it's a black light it's the one felix used to check our first counterfeit bills oh it looks familiar it's hard to believe that asshole would be sentimental enough to keep this in a safe not unless he meant for us to find it granate granote schon ganz schön viel zeug dabei ne das wird bestimmt hier irgendwo so ein geheimer plan oder was aufgemalt wie die autoliste bei garland 60 seconds wie ist die die elise das auto was er da gesucht hat wo er immer daran gescheitert ist sasha look at this what the hell zauberfarbe i guess he wanted to keep all this a secret well he left this first to find so there's something he wanted us to see also merkt euch jungs wenn euch im schlafzimmer jemand fragt das ist alles ultraviolette farbe cold er ist tot ich glaub nicht möglicherweise ist ja der in der maske felix das kann natürlich sein kann es denn sein dass sie vielleicht gar nicht seine ziehtöchter sind sondern seine leiblichen töchter wer weiß wer ist sie ich weiß nicht sie sind glücklich dass dieser farad mehr oder weniger gar kein richtiger farad war sondern sie nur auf den richtigen weg bringen sollte oder so ist schon gerade eben warm da bei der lampe muss es doch hier irgendwo sein kannst du weiter nach links laufen ist da noch mehr ach schau mal hot super hot i see it right there awesome jetzt wegschieben also so 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 this the right spot yep just gotta pry it open if you find another flashlight under there I'm leed Hahaha Money! Was ist das? Eine Grenade? Ja, das ist wie ein anderer von Felix's home-made-Projekten. Na, wir nehmen es mal. Ja, wir werden euch mal was damit noch alles machen. Oh, guck mal, ein Audio noch. Das ist eine Echocom. Warum ist das? Wenn du das gesehen hast, ich glaube, dass ich weder sterben oder schlimmer bin. Mein Plan funktioniert. Ich bin sorry. Fiona, Sascha. Es gibt so viel, was ich euch sagen möchte, aber die weniger du wissen, die besser. Oh, gib mir einen Moment. Halt bis zur Echocom, ich wusste, dass wir uns mit Valerie verraten. Ich wusste das, und ich habe das nie gezeigt. Ich wusste das, und ich habe das nie gezeigt. Ich wusste das, und ich wusste das nicht. Na, wenn du das hier verraten hast, es wird nicht lange, bevor sie kommt nach dir. Veränder deine Namen, veränder deine Appearance, veränder deine Leben. Valerie? Valerie? Do you know that name? Take what you need, and go. Forget about the life you had, and forget about me, but know that I love you both, with all my heart. All right. Oh, das war doch nicht, okay? Okay. Was always about the money. The second a big score showed up, he betrayed us. We had it. We had it in our hands, Fiona. Ten million dollars. Enough to get off this planet, enough to buy a new life. Felix may be gone, but I'm still here for you. I know. Die Frau, von der da die Rede war, ist bestimmt die, die auf dem Foto zu sehen ist. Diese Valerie? Ja. Die werden sich irgendwann dann beklacht haben. Ja, aber daran kann ich mich, du kannst ja viel über mich sagen, aber ich merke mir immer, wem ich in den explodierenden Koffer zugesteckt habe. Hast du deinen Koffer mitgenommen vorhin eigentlich? Ja, ja. Da, wo die Uhr drin ist, oder? Was ist denn das? Es ist ein bisschen ein Upgrade. Es ist nur ein einzigen Schuss, aber es sieht aus, dass es ein Elemental-Effekt zu den Koffer hat. Es sieht aus, wie ein Backup-Plan. Ach, das ist ja geil. Muss ich entscheiden, welches Element. Gut, das kommt mit einem anderen Schuss. Ich habe das letzte, was ich hatte, versucht, deinen Freund zu töten. Du hast besser aufhören. Ach, du Braber. Ja, er macht einen so einen Scheiß, ne? Ich will es nicht. Betten. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Ja, genau. Du solltest dich schuldig sein. Hände auf, beide von ihnen. Was machst du? Schönes Haar. Was bedeutet das für mich? Das bedeutet, dass dein Haar ist schön. Ich werde dich in den Gesicht jetzt, wenn du sagst. Oh, Mensch, calm dich, Mann. Nicht über seine Haar, okay? Okay, er ist gut. Hau ihm die Pfanne ins Gesicht. Für und für was? Für nichts. Du zwei haben alle Bounty Hunter und Pandora geschaut für dich. Und du machst ein Sandwitz? Türen sie auf. Lass uns hier raus. Oh, sie ist schnell. Bitte, du dich selbst verbringst. Geh weiter. Fiona, ihn schreit! Mach es. Du schreitst das an einen Mann, der hat Leute schreit ihn in der Kiste für Spaß. Was soll ich machen? Keine Ahnung. Äh, Elektro? Oh. Irgendwas wäre gut gewesen. Hätte wohl schießen sollen. Elektro würde ihn dann wohl nicht töten. Du kannst auch auf seine Pistole schießen, ne? Echt? Auf die Pistole von dem anderen. Also es sah eben gerade so aus, als könnte man auch die aufzählen. Warte mal. Hup, das war der falsche Knopf. Entschuldigung. Hahaha. Hat, achso, er hat auch noch mal einen gezogen. So muss er, wenn ich den Fincher schieße, denn da schießt doch der andere sofort Sascha. Muss er irgendwas finden? Also wie gesagt, ich hätte gedacht, dass es auch eine Anzeige gibt, dass man auf seine Pistole schießen kann. Warte mal. Ja komm, Elektronen. Nein, das gute Käsebrot. Aber warum schießt der denn nicht gleich? Was war das denn? Wow, das ist von der Dings. Eine Aschina. Ist die denn am Ende von Pre-Sequel so böse geworden oder ist das irgendwann in den DLCs von Teil 2, dass sie so rote Augen hat? Ich habe ja die DLC von Teil 2 nicht gespielt. Beide nicht. Boah, das ist ein Schicksal. Boah, das ist ein Schicksal. Sascha, das ist genug. Let's go. Fiona, nein, warte. Nein. 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 In die Bar. Immer in die Bar. Flasche. Immer in die Flasche. Lustiger. Oh ho. in den wäldern erst mal rüber Was sind das denn jetzt hier? Ich habe noch bei dem Scooter in der... Oh, ja, das ist passiert. Ist sie noch da? Ich kann sie nicht sehen. Sie sind sicher? Vielleicht ist sie auf dem Rooftop. Ich kann... Schau mal! Schau mal! Schau mal! Schau mal! Schau mal! Goddammit. Loader-Bot! Loader-Bot! Was sind wir da? Nein, Sie sind nicht. Das ist das, was passiert. Hhuehuehuehuehuehuechuehuehuehuehhuehuehuehuehuehehuehuehuehuehueue Siehst du den Blick auf ihrem Gesicht? Wo ist Reese und Vaughn? Scooters Garage. Sie senden mich, um dich zu holen. Oh, das ist nett von ihnen. Was? Es ist. Komm mit mir, wenn du weg willst. Oh, Gold. Ja, machen wir in der nächsten Episode weiter, oder? Genau. Bis dann. Ciao.